Okay Leute, wir probieren es heute mal wieder eine Aufnahme hinzukriegen, eine halbe Stunde, okay. So, herzlich willkommen auf meinem Kanal, wir haben wieder eine neue Folge. Die 3 von Word. Die 3 P.P.P. von W.O.T. Wofür steht P? Ich habe Kopfschmerzen. Auf geht's, joinen wir rein. Hallo Pascal, hallo Bruce. Mal gucken, ob sie sich im Griff haben. Wir haben ja fast 70 Abonnenten schon. Ich danke euch für euren Support, dass ihr fleißig abonniert. Weiter so, ich möchte die Hunderter knacken noch den Monat, wenn es geht. Also wir haben zwar den 1. Februar, aber egal. Ich habe ja schon eine Party gefreut, als du die 50 voll hattest. Ja, es wächst langsam. Was wächst? Also mein Kanal. Ja. Aber ich werde meine alten Teamkollegen. Nicht vergessen. Wenn ich dann Fame bin. Das ist sehr großzügig von dir. Ich weiß. Aber ich muss mir mal ein Mikro aus der Maße nehmen. Ich hätte fast was gesagt. Okay. Ja. Ihr wisst alle, was los ist, wenn mein Handy bündelt. Ich bin 500 weg. Ja, das ist echtes Gameplay hier. Da ging doch mal das Telefon. Man macht sich einen Kaffee. Ich möchte aufkossen, was man jetzt so sagt. Das muss man mal nicht sagen. Jetzt gibt es Ärger. Frauen. Hallo, Schatz. Hallo, Schatz. Servus. Wollt man, Vogel? In meiner Hose. Okay. Was hat sie jetzt? So, wo fahren wir denn hin, Leute? Mhm. Sekunde. Ich fahre recht zu hoch. Ich will mich jetzt eigentlich nicht auf dieses Spiel konzentrieren. Oh Gott. Oh Gott. Ich kann das eigentlich gar nicht, das Spiel. Gibt es EBRs? Was meinst du, warum du nur auf meinem Kanal gebracht wirst? Ja, ich bin mit dem Mausakobat schon vor zwei Jahren ausgestiegen. Ich weiß, ich weiß. Die Story muss nicht nochmal erzählen. Ich weiß, es war eine ganz üble Sache. Ich weiß. Und man hat Meiland gefragt, ob ich bei ihm mitmachen könnte. Ich sage, es wird eng. Ja, 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 ja. Ich weiß, Bruce. Du bist ja lang deswegen in Therapie gewesen. Ich bin alleine hier. Ja. Das haben wir gerade getan. Der T-100 Leiter ist in meinem Team, Leute. Seht ihr das? Und jetzt kommt da der T-49. Und dann kriegt er eine in die Fresse. Doch nicht. Nee. Er hat verflossen. Er kommt noch in Teil 61. Dann haben wir doch mal Gold durch, he? Aha. Ich glaube nicht. Oh, scheiße. Das Problem ist, mein Turm ist beschädigt. Was für eine Geilerei, verdammte Scheiße. Jetzt bin ich auch tot. Ich wollte meinem Leid helfen, Freunde. Oh! 4 HP. Glück habe ich auch noch. Ist das nicht schön? Guck mal, wenn er hochkommt. Siehst du denn? Ich wurde angezündet, mein Mui-Lager wurde gezogen und mein Turm war kaputt. Ich konnte nicht mehr aimen. Aber Hauptsache, Kizuri ist oben angekommen. Oh, Mann, ey. Komm, komm, Kizuri. Geh auf unseren Kühlschrank. Guck dir das Gameplay an vom Kühlschrank. Hochinteressant. Er steht da. Okay, wir gehen mal auf Buggy. Wir sind jetzt voll drauf auf Buggy. Kizuri, was geht in dir vor, wenn du in so einem Kühlschrank sitzen würdest? Was würdest du denken? Keine Ahnung. Dass ich heute noch einfrieren muss, vielleicht. Guck mal, wie er flüchten will. Unser kleiner Pascal. So klein ist er nicht. Er ist ja ein Hochhaus, ne? Ja, er hat Tarnung. Ja, die Tarnung ist schön. Ach, das war bestimmt Weihnachten. Ja, die habe ich auf meinem Panzer auch. Aber ich wurde gerade gefistet. Ja, und ich lebe. Und ich war mittendrin. Warte mal, ich schreibe mal was. Selber Noob. So, jetzt habe ich es ihm aber gegeben. Jetzt hast du es eigentlich schon übertrieben. Ah. Stimmt. Egal. Bin ich ja auch. Könnte man beachtet, dass Pascal jetzt gleichzeitig am Telefonieren ist mit seiner Frau? Ja, er konzentriert sich. Also er hat ein echtes Handicap gerade. Das war nicht böse gemeint. Die guckt auch meine Videos. Oh, scheiße. Ich werde es wohl nie hochladen können. Nein. Das war nicht so gemeint, gell? Der Martin. Im T30. Hast du die Namen aktiviert? Ja, ja. Aber wenn Martin bei ihm ist, wird alles gut. Das Schizophrene ist ja egal, wie schlecht die Runde ist, Pascal macht ja trotzdem immer seinen Schaden, weißt du? Ja, er macht trotzdem seinen scheiß Schaden. Irgendwie. Er wird jetzt aber von einem geilen EPR. Oh, ja. Wir sind auf deiner Seite, Pascal. Oh, jetzt hast du fast geflitten. Der wollte nicht flitten. Eigentlich glaube ich. Ich glaube, er wollte es. Hupp. Plupp. Hui. Der war geil. Flatbots gemacht. Oh, er brennt für uns. Oh, ja. Heißer Typ. Ich glaube, Pascal hatte keinen Feuerlöscher. Geh mal raus, he. Oh, ja. Oh, ja, ja, ja. So, was fahren wir jetzt? Ah, ist eigentlich ziemlich egal. Ich fahre nur noch ziemlich miese Runden. Und... Zwischenrunde? Irgendwas nehmen. Ja, zum Beispiel den. Ich versauge mir jetzt mal eine Wertung. Aber ist egal. Ist egal. Ist das nur ein blödes Computerspiel? Richtig. Was ihr kostenlos runterladen könnt. Ja, das heißt, was kostenlos ist, ist noch nichts wert. Und so ist es auch. Nichts wert. Deswegen werden wir demnächst vermutlich was anderes spielen. Ja. Wir spoilern es noch nicht. Jetzt müssen wir erst ausprobieren, ob es läuft auf bestimmten Computern. Ja, auf den Besten. Manche spielen ja auf Laptops. Was für ein Noob. Vrei Minuten noch. Ja, dann mach, Pascal. So. Ich bin ganz oben von Erfahrung. Das war eine supergeile Runde. Supergeil. Hat mir auch Spaß gemacht. Ich habe sehr viel gespottet, nämlich gar nichts. Ist auch überhaupt nicht mein Job oder so. Hat leid. Mhm. Ich habe Bock, mich zu wasten für nichts und wieder nichts. Wird geil. Ich habe das Gefühl, es gibt immer mehr EBRs. Oder langsam kommen alle dahinter, dass die Dinger OP sind. Jetzt wollen sie die alle haben. Es wird immer schlimmer. Ja. Tja. Schauen wir uns mal Setup an. Ich sehe es so komisch. Wir spielen dann irgendwann schon monatelang anderes Game. Haben richtig Bock. Und dann kommt irgendwann die Nachricht. Die EBRs wurden genervt. Aha. Ah. Aber dann kommen wir nicht zurück. Nein. Dann werden wir sagen. Dann ist aus. 200 Euro. Der Akkord gehört euch. Nein, wir wollen nicht zum Schwarzhandel aufrufen. So was macht man nicht. Nein. So was macht man doch nicht. Bobby fährt jetzt an Standard B. Er fährt da hinten in die Ecke. Wie immer. Der halt den Camper da. In die OP Position. Ja. Und dann machen wir einen Crossfire. Und verlieren trotzdem. Zwei Artis. Erkennst nicht. Ja, du fährst auf die andere Seite bei zwei Artis. Nein. Ja, einen wollte ich ihm geben. Du hast Eier. Das muss man. Das muss man. Manchmal schon. Das kann man. Das kann man. Also du musst ja. Stell dir mal vor. Ich würde dir kein Licht machen. Die wären da hinten komplett nutzlos alle. Also so wie ich. Die ersten 400 Schaden sind drin. Die ersten 400 Schaden sind drin. Bot habe ich auch. Wir können eigentlich auf K gehen oder? Besser wird es nicht. Ja. Typ 5 schwer. Ja, alles klar. Ein Problem. Ich gehe. Ah, die. Nicht. Mit HE irgendwie. Aber. Okay. Okay. Wir kriegen von der Seite. Oh, oh, scheiße. Ei, ei, ei. Ah, ei, ei, ei. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Aha. Ja, da kommt ein Typ 5. Ich weiß. Aber ich kann nichts machen. Frage ist. Das Problem ist. Ne. Hier steht halt eine Grille 15. Also. Ich weiß nicht, ob bei der Bock drauf hatte ich nicht ganz so viel. Also. Also. Nice boogie. Mach noch einen da rein bitte Irgendwie bindt mein Spiel heute Nobody knows Fuck 3, 4 Wieso kriege ich den Spot? Mein Spiel ist lag dauernd Ja, ich habe offensichtlich einen Aussetzer Du auch? Ja Freut sich schon wieder auf die neue Ausgabe von Gjell Echt jetzt? Sie guckt sich den 2-1 an? Vorsicht, da hinter dir Ja, was soll ich machen? Hier ist sie, warte, ich nehme sie Ja, sie hat verschossen Warte, ich mache das schon Oder auch nicht Naja Was war denn mit der kaputt? Das war der einzige Schatz Was ich nicht kassiert habe durch die AT Das war der einzige davon, war? Ja, ist das nicht balanced oder was? Ja, eigentlich schon, ne? 105 Schaden habe ich schon kassiert Das macht Spaß oder nicht? Ja! 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 Guck mal, der Type 5 hier da oben Ja, sie ist der größte Fan hier Das wär's sicher Ich weiß, ja Ich hoffe, sie verzeiht mir den Kommentar noch Hat du dich abonniert? Ich weiß Sicher Ich glaube, sie hat sogar die Glock gedrückt Du wirst alle tun solltest, liebe Zuschauer Sehr schön Das sind Fans Ja Ja Und wir wollen auch wieder drücken Jetzt laggt es wieder Was ist denn los? Also Ja, sie hat doch Paypal oder nicht? Dann solltest du das mal machen Ja, macht er das gewinnt jetzt so oder nicht? Wie ist dein Type 5 auf dem Ziel rauf? Ja Ich farm den die ganze Zeit, ich hab nur ständig Aussetzer Das ist mein Problem, sonst wär er schon längst tot Bei mir setzt das auch nicht aus Ja, Leopard piekt auch, guck Siehst den? Ja, den krieg ich nicht Der Leopard, der geht mir auf die Eier Ich mag Eier Ja Ja, hart gekocht, der sind gar nicht schlecht Also Ich mag auch Weiche Ich mag auch Weiche Echt? Keine Ahnung, also eigentlich hab ich eine gute Runde Jetzt fickt er mir einfach mal den Motor weg Ich versuche euch immer ein bisschen zu daffen von da hinten, aber Ja Jeld, du musst kommentieren, was du machst Wie oft denn noch? Ja, liebe Zuschauer Jetzt haben wir gerade den Type 5 Heavy gefahren Ja, der Leo will mich Der Leo ist so heiß auf mich, Leute Es muss ein Zuschauer sein Ein Fanboy Ein Fanboy Oh, von der Seite Oh, Monsieur, komm Der hat sicher XWM, sonst würde er nicht auf dich fokussieren Ja, 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 ich nehm ihn jetzt Fokusfeuer Auf Kjell Du kleiner, kleiner, fieser Leo Ich hab noch 14 HP und ich denke, das reicht bis die Artikando, yeah Wo ist was die zweite Gang mag? Die wird niemals kommen Warum fährt er auf dich? NEIN Ich krieg die Kanone nicht hoch Denk an Roos Was? Ich mach den Kun Was? Was? Was mach ich, Jelda? Nix Ich kämpfe hier mit dem Typ 5 schwer und einem Leo Du kämpfst da mit dem Stein Das schaut echt Ich dusch Jugendfreundlich aus Assvogel, ey Das ist gar nicht leicht Irgendwie lebt Bruce noch, jetzt wird er sterben Ja, verdient Mach ich denn hier auf? Das sind Teammates Ne, ich hab, äh, jetzt ist er tot Ich krieg die Kanone nicht richtig hoch Das ist das Problem, weißt Ich hab das sogar aktuell gegeben Vor dir Bruce, vor dir Oh ja Ja, was würdest du ohne mich wieder mal machen? Wir sind so saftsäckig du Habt ihr das gesehen, Zuschauer? Dann kriegt man auch so Sprüche gedrückt, ne? Ja, ja Hab ein bisschen Mitleid, gebt mir ein Like Baut mich ein bisschen auf So, tschüss Wenn ihr wollt, könnt ihr mich auch supporten über Paypal, ne? Hey, hey, hey Nein, nein War nur Spaß Ja, klar, war nur Spaß Und nachher heißt es wieder Du schreib hier und du schreib da Ach, sie könnt doch eh rückgängig machen und bumm Ah, 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 ah Ah Kommst nie mehr raus Ey, es war nicht leicht, man Die haben dauernd runtergeschossen auf mich Und ich hab's nicht hochgekriegt, die Murmel Ja, du hast dich einfach nicht angestrengt Ja, dann kam mir noch der Fels entgegen Ich bin ein alter Rubbler Mhm, hab ich gar nicht gesehen Ein richtiger Bergsteiger, du Pascal, wir nehmen grad noch auf Ja, wo, hä, was hab ich Bergsteiger? Ja, 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 ich kenn dich Man kennt sich mit den Jahren, ne? Es geht dann immer, es steigert sich dann, ne? Also da gibt's sogar schon Seilbahnen In Österreich Guck mal nochmal Zehner, okay? Guck mal nochmal Zehner, okay? Ja, ein hundert Für die du zufällst Nee, ich brauch noch ein Prozent Ja, was, 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 was soll ich da nehmen dann? Ich mein, ich würde da mein dickes Ding nehmen da, den Kühlschrank Ja, läuft ja bei dir mit dem Ding 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 Ja, läuft ja überhaupt nicht Nee, den Leid kann ich nicht mehr, das Spiel zu schlecht Warum bist du nicht bei Skill gejoint? Da könnten wir jetzt ein paar Runden mit Skill machen, Mensch Oh ne, er ist bei Mailand Was für'n Verräter Ich hab ja keinen Bock auf den dicken Russen Er ist aus Litauen Der ist aus Litauen, gell, oder? Keine Ahnung Ja, keine Ahnung Litauen, ja Ne, ich mag Das find ich in Ordnung, der ist cool Ne, ich nicht Die anderen kann ich nicht Überhaupt nicht Er fährt das gut, er macht das immer live Er erzählt das nebenbei Und spielt nebenbei in der Unicom-Runde Ja, halt immer Mach ich auch, ich erzähl auch immer viel nebenbei Wenn ich Redlanke-Campen will, schau' ich Erik zu sein Das hat jetzt Pascal gesagt, Erik So, ich fahr in den Zauberwald Ich hab zwar keine Gandhi-Pression, aber egal E4, war das der mit dem porösen Kubola, oder? Irgendeine E3 Bin auf Karten Also E4, warum muss man nicht in den Kubola? Kiel, hast du Bock, die Leopard-Reihe zu grinden? Die soll einfach zu spielen sein Ne, ich bin grad auf dem E50M, dann Die mach ich Echt jetzt? Ja, den mach ich nicht Da hab ich halt alles durch, seit Monaten E50 ist gut, E50M krieg's nur auf die Presse Ne, ich will nur den 9er, den 10er will ich nicht Das macht Sinn Ja, der ist noch nicht Da kannst du auch dann mit dem Äh, Panther M10 Die Besatzung holen Aber wie die Zuschauer meines Kanals ja wissen, bin ich noch bei den Chinesen und versuch verzweifelt Kohle zu sparen für meinen WZ Für den 10er Ja, unter Premium Account ist das schwierig, aber du kannst das aktuelle Event, das Febore-Event, diesen Reward-Kram nutzen, um an eine Woche Premium zu kommen Ja, aber da muss man regelmäßig spielen, das ist mein Problem Ne, eigentlich nur jeden Tag einmal joinen, das reicht aus Ne, ich hab's nicht geschafft Ach die Jodeljochen, geh mir schon wieder so auf die Eier da in der Mitte, ich geh Ach die sind Balance, die sind ab, die sind Balance So Leute, das war ein bisschen Mimimi, aber es ist doch wahr, schreibt's in die Kommentare, was denkt ihr darüber Ich schreib's nicht Nein, du bist ja, du spielst ja mit Also Ähm, auf dieser Seite ist nur der 60 TP, ansonsten ist die Flanke offen Ich denke nicht so Läuft Das Spiel leckt auch schon wieder Bist du, warum ich das nicht so sehe? Weil er Dienstag ist, ne? Also der 60 TP, der ist so minimal, aber nur minimal isoliert Da kommt so ein geiler EBR durch die Mitte und der will etwas von mir, aber ich hab nichts Irgendwas Level mehr Na klar, jetzt kämpfen sie Die wollen's doch alle Ich hab meine gedrückt, das reicht schon Ich fahr rüber, einer muss ja sterben Liebe Zuschauer, Damage am EBR zählt doppelt und dreifach Oh, okay Ja Aber noch ein Dienstag Ne, immer Ne, echt jetzt nie Ja, immer Schau mal Schau mal Schau mal Wie dachte, das ist so ein Special Event? Nee, das hat Wargaming eingeführt, damit man sich die Mühe macht, auf die Dinger zu schießen, aber wo man sie eh nicht penetrieren oder treffen kann Achso Das ist einfach doppelt Ziel Das ist aber ein perfider Plan, oder? Findet ihr nicht? Ich finde das eigentlich ganz clever Das finde ich balanced tatsächlich, ganz die EBRs balanced, ja Ah, da kommt einer übrigens zu mir Ja, ich bin offen und dazu werde ich auch platzen, wie ein Aufwanderer Himmel, hilf! Eigentlich so einfach sie zu mir Wo ist der Himmel, wo die Erde heißt das, oder? Keine Ahnung Himmel und Erde und Ich bin bei dir Lass sie kommen Doch, ich bin doch bei dir Oh nein, ich bin doch nicht bei dir A277 kommt hoch Die machen das bei der Basis, oder? Ja, ja, ja Ja, kein Problem Ich verpiss nicht Oh ja, jetzt pack den zur schönen gleich Jetzt Ich pack okay Oh Baby, fast hätte ich ihn getroffen Ich hab hier noch schon ein EBR-Ding Ich bin schon genug auf dieser Welt von denen 277 Ich hab Bock Ich will sich verpissen One-Shot 277 Ja, wieso zählst du das eigentlich? Ich meine Lusthoff Was wärs Lusthoff? Gustav 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 Lusthoff, der Gustav Alter, ich mag EBS Sie machen so viel Spaß Alles ist rot Wenn ich auf den VK ziele Das macht Sinn, das macht Sinn, oh yeah Ich mach sie auch Ich mach sie echt aus VK? Ja, du kannst mit dem Doppelbusch arbeiten Ich weiß, bin ich grad dabei Okay Und wie ich arbeite Ich arbeite mit dem Doppelbusch Das Problem ist Das ist 277, Mann Superkong Und dieser Superkong Der kann nicht Tschüss Der ist super Junge, ich bin heiß Ich bin heiß Ich bin heiß Ich hab, du hast noch Gold dabei Äh, noch 8 Stück Ich meine Noch 8 Stück hab ich Okay Das Spiel leckt wie meine Unterhose Wir machen Druck im Zauberwald In der Hose Ja In der Unterhose In der Hose In der Spapierhose Oh, unser Jagd-E ist gestorben So sinnvoll, der weiß wie es läuft Das Scheißspiel leckt Ja, du leckst Ich hör dich auf den Tärs nicht richtig Ja Ich hab Internetprobleme heute, liebe Zuschauer Wurde nicht aufgeklärt Ja Das wäre genau so ist es Aber ich habe da irgendwas aufgeklärt Ja Ähm Lücke 3 7 Tell me lies Tell me sweet and lies Tell me lies Tell me lies Tell me more Nee, tell me lies Oh, don't know Who can this Oh, okay Da oben, da oben, da oben Da oben Was, Gell, kann ich Kann ich nicht drauf schießen? Scheiße, das bin ich hoffentlich Ja, oder du Ich darf nicht drauf schießen Jetzt fickt das Objekt Entschuldigung Oh, Objekt Alter Okay, ich bin tot Wurzu spotte ich den eigentlich? Du hast gesagt Ja Ich bin verwirrt Einmal darf ich drauf schießen Wurder nicht Na, sehr gut 339 Oh Gott Ich bin gleich tot Warum bist du doch offen? Keine Ahnung, irgendwas Könntet ihr bitte alles Na, echt Hallo? Holy shit, Bananas Nee, auf die dürft ihr nicht schießen Die hab ich nicht gespottet Nein, auf den hab ich nicht gespottet Verdammt nochmal Ja, was? Was auf mich wirklich ist, ist von mir Ich finde, ich hab alles, was du spottest Also übrigens, ich bin tot, ne, weil Dieses Ding nicht die beste Ahnung hat Wie manchen vielleicht bewusst ist Und manchen nicht, aber Ja, was nicht benutzt oder so Ich dachte, das ist quasi unruhig Das ist so ein Kühlschrank, dein Plotz da Oh Ja, da war er Das war Bougie Bougie war... Das war der einzigartige Bougie Er ist geplatzt Geplatzt wie einer... Ne, ich sag's nicht Wie ein Luftballon, Bruce Wie eine Luftballon, Bruce Wie eine Luftballon, blöd Ja, ne? Achso, ja, ja Kommst du nur rechts durch, Kiel Schießer eh Oh man Yeah Ja, ich bin da da Ich bin offen Ich hab eh kein Gold mehr Ich hab alle verstorfen, die Mongos Okay, nicht alle Aber die meisten Hätte ich nicht gedacht, dass du aufgehst, wenn du schießt, Bruce Ich auch nicht Aber auf die Weise hab ich nochmal Ein bisschen Schaden Und das war's Und nochmal Spot Ich schieße mein Leben, liebe Zuschauer, ihr seht es Ihr habt uns aber kein Licht mehr, liebe Zuschauer, ihr seht nix Okay Das war's wohl Das war's Panik-Level gerade bei mir, Leute Ja, 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 ja Der ging nicht durch Der ging nicht durch Was erwartest du? Das ist äh Deutscher Staat So, Leute, wir verlieren uns eigentlich Jede Runde Ich denk, das ist in Ordnung Weil wir haben ja nichts drauf Wir spielen ja erst 20.000 Okay, das war der Panik Das war's Panik-Level gerade bei mir, Leute Habt ihr das auch mal gesehen? Eine Runde waren wir noch, he? So lange Spaß hat, mehr lang, mehr halte ich eh nicht durch, also Was haben wir eh nicht, aber Länger hält er nicht mehr durch Haben wir verloren, oder? Ja, alles verloren Sammelt sich und sammelt sich und dann Kommt alles auf einmal raus, Interesse Ehre, oder? Zwei siebenfaste Gasket Zwei Blindshots So, jetzt ist meine Minute wieder unter 50% gedroppt Wäre auch zu viel das Gute mal über 50% zu haben Aber ihr seht, Leute, ihr seht, wo ich stehe Ich kann noch so gut spielen, wenn das Team nichts taugt, ne? Die Stauze Darum supportet mich, Daumen hoch Daumen runter Aaaaaaah 10er Wir können Wir machen jetzt Tiger 2 zum Abschluss Ja doch nie Solange wir Stream machen, machen wir natürlich Best of 10 Jaa Ja Tiger 2, oder? Tiger 2, eine Runde zum Abschluss, oder was? Jaa Das ist ja keine Abschlussrunde, das ist nur die Stream-Abschlussrunde Das ist ein Abschluss-Desaster, würde ich sagen Aber jetzt will YouTube Tiger 2 sehen, oder? Jetzt haben wir es angekündigt, jetzt wollen sie auch Tiger 2 sehen Sollen wir es machen, Bruce? Ja Ich kann was Ruhe, du hast Jetzt hätte ich fast das gesagt Ich bin der Clanführer Nein, du bist ein Österreicher Entschuldigung, meine österreichischen Zuschauer, es war nicht so gemeint Ach, natürlich Das sagt doch ein, Patrick Und seine Frau Patrick, Pascal, wie heißt deine Frau? Du brauchst den Namen nicht sagen So, und jetzt kriegt das in die Fresse Genau, das ist eure Quittung Jawoll Das ist das, was YouTube sehen will Ja, das will YouTube sehen, wie Tiger 2 platzen Ah, ich weiß, wie ich das nenne Tiger 2 platzen lassen Du siehst, du siehst, du hast sogar schon einen Namen So, jetzt Außerdem bin ich eine hübsche Mandarine, okay? Soll ich rübergucken? Soll ich wirklich rübergucken, liebe Zuschauer? Oh Gott, nein, er hat sie drauf doch Wenn du reinbeißt, dann spritze ich, weißt du das? Oh, seine hübsche Mandarine Das will ich verdammt noch mal hoffen, dass du spritzt Ich meine, wozu beiß ich die ganze Zeit da rein, also was solltest Was hat der? Der da? Wenn es ins Auge geht, dann brennt das ein bisschen Komm, wir fahren nach rechts und richtig Ich gucke uns da Oh Seid ihr für... Oh Ein bisschen zu Wort waren es Oh Oh Kuscheln Ja, wo wollte er den hin jetzt? Oh Oh Daddy Daddy, wir kussen einfach mit Gil Ja Komm, wir kussen ihn an die rote Linie ran Ich hab ein paar Sachen angezogen, Kjell Tschüss Kjell Nein, ich will mit euch nichts zu tun haben Mit einer Mandarine und irgendeinem... Mundkaries Kommt nicht weg Du willst das doch auch, Kjell Ja, stell mich jetzt da hin Okay, stell mich zu dir Kjell, Kjell, Kjell Kjell, komm Kjell, komm Komm Jungs, reist euch zusammen Reist euch zusammen, Jungs Seht ihr mal, Leute, was ich jeden Tag aushalten muss hier Jeden verfickten Tag Äh, die... Ah 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 Hilfe Hilfe Hilfe, nein Der Schweine Er will es doch auch Er will es doch auch, oder? Ich... Oh Gott, Leute, ich muss hier weg Tschüss Leaming Train, Leaming Train Jeden Tag, Leute Jeden Tag Jeden Tag Aufsinn rein Oh Oh Jetzt ist es gut Ja Hey, Mandarine, verpiss dich Sag weiter jetzt Wo willst du denn hin? Ja, Prost hat seine Reue hinten drin, da irgendwie Ich hab nichts Ich hab nichts, Alter Ja, ja, das sagen sie immer Wo, wo geht's denn da hin? Prost, wo geht's? Ich weiß es nicht, wir gucken mal nach, oder? Schauen wir mal nach Wir gucken mal nach, wo's hier hingeht Oh, ich bin ein Narn, ja Huch Ich komm mit Ja, 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 ja Ja, Spaß im Erdbeerfeld Ne Oh, und wo geht's da hin? Spass in der Erdbeerwoche Du hast nen Baum ungefallen, die Aki weiß, wo wir sind Ne Ah, guck mal da Achtung, Achtung, Achtung Achtung, Achtung Teamwork, das müssen wir auch mal Ja Das ist ja genau das Das ist ja genau das Was die Zuschauer sehen wollen Intelligentes Game Intelligentes Game Ich würd eher sagen, planlos in Seattle Ich würd eher sagen, planlos in Seattle Nein, gleich schützt sich sinnlos Und der andere Wirkt mit seiner geilen Kanone Ich geh jetzt sterben Keinen Sinn mehr hier Neee Ach, dann schmeißt du die ganze Runde weg Aber ich bin, ich bin im Sumpf irgendwie zu schnell, finde ich Da ist noch ein Pantera Ich weiß auch nicht, wie er durchgekommen ist Ei, die Pantera war früher Ich dreh mal da Richtung Heavy Das tut weh, das tut weh Der Pantera ist gar nicht offen Ich mach das Ich mach das Dass du noch keine AP verloren hast, das ist unglaublich Ja, Tiger 2 hat der Ahnung wenigstens, oder? Achso, ja stimmt, der hat nen guten Tarnwert, ne? Ja Das haben sie, glaub ich, gebackt vor zwei Monaten erst Der ist mir weniger unsichtbar jetzt So lange ist das für mich hier Wir haben alles gebackt am Tiger 2 Die Panzerung, Kanone Irgendwann kommt dann der Punkt, wo ich dann einfach gehe Ne? Ist das Da kommt der Punkt, wo Wo einfach Geht Wo er einfach fragt Der Punkt ist gekommen oder geh Ja, weil der Punkt gekommen ist, ne? Fick mal den Pantera raus, hier Der Punkt ist gekommen, kein Komma Dann geh ich Ja Irgendwann hat man sich nichts mehr zu sagen Und dann Irgendwann ist es vorbei Alles reden Und dann kommt der Bindestrich Ja Ja Eventuell ja Ja Aber wenn der Bindestrich da ist, dann hab ich schon Hauptform Da kommt der Fuß Hey Jungs, die Heavys sind gefallen, übrigens Ja, wir carry'n das Sollen wir mal hier hin aimen? Wurge, wir konnten rein nicht cappen fahren, oder? Ich meine Ich wollte mit der Ah, okay Wir haben die Liquidität Und wir haben ihren Skill Na gut, wenn beides nicht Aber wir haben Den Den Wunsch Den Willen Und das Herz und das Blut Wir haben viel mehr Wir haben uns Puh, ist das geschwollene Mehr kanns nicht haben, oder? Das ist das Maximum Ja Und Ich hab ein SRV gefunden Da steht einer Und da steht einer Ich hab den aufgeklärt, okay Ja Ja Lass ihn mal offen Was macht der Idiote? Ich hab 600 Spots Also meine Taktik funktioniert Äh, du kriegst noch mal auf, ich meine Du hast ja noch genug HP Nee Das heißt übrigens, hinkommen Prochetto in der Mitte, ne? Ein 10er Prochetto Oh Ja, der gehört da auch hin Ja Ja Wie ist die Lage? Hältst du allein die Heavis auf den 10er? Ja, ja Ich hab'n Tiger 2 dabei, alles wird gut Ah Ich hol' mir die A-T Ja, der soll ja gut gewesen sein im Krieg, ne? Haben wir trotzdem verloren, hilft nix Ja Und so ist es hier Oh, möglicherweise auch, ne? Leitert, ja Wir haben uns eine Kette abgeschossen, wir steigen fest Äh, irgendwie trau' ich mich nicht weiter vorfahren Also ich geh'n sofort auf, wenn ich hier hochfahre Also du hast wahrscheinlich recht, da steht was drin Wie bist du denn durchgekommen? Ja, keine Ahnung Ja, ich bin nicht mal aufgegangen Bis der SRV mich aufgemacht hat Das ist nur noch lebensgefunden Jetzt ist die Mandarinen-Zahnung Ach, die bringt ja 20% ne? Ja, ja, ja Ja Voll realistisch, da sind Panzer, wenn man Da drinnen gleich einen Darnwert hat wie im Wetter schon wieder Ich hab'n keinen Bock hier, irgend... Die druck'n da raus Wir sind ja auch laut hier, also Ja Ja, also unsere eigenen Gegner finden Äh, die was man auch besiegen kann Also IS-3 und 5-3 und 7-0-3, wo sind denn die? Und vor? Oh, auf der anderen Seite, voll Was? Ja, aber lass sie kommen, lass sie kommen Ich würd sie bearbeiten, oder? Das ist kein Problem Kann ich auch kommen, dann Äh, ja, gern Okay Ich mach den SRV-Platz Da ist der SRV, aber der ist zu weit weg, ich komm' nicht ran, Dogi Ja Wie macht das? Oh, da kommt die Arty zu mir Wie die Arty heißt? Gustav Nee, Harald Harald wie Arty Wirst du Gustav sein? Nee, sie heißt jetzt Harald Es ist Gustav, Mann Es ist Achmed Das ist Murat Murat Nicht Murat Nicht Murat Gell, kommentieren, es ist dein YouTube-Video Was tust du? Nee, ich hab zu viele Lags, das bringt nichts Ich konzentriere mich grad aufs Spiel Irisch, ja Es fordert grad alles von mir ab Ja, ja Fällt grad alles von dir ab? Ach, ist auch Das ist übrigens wieder hier So Leute, wir nehmen jetzt mal ein IS-3 auseinander Erzählt euch das mal, wie das geht Lass das kommentieren wieder Da bin ich wieder I'm back I'm back I'm back I'm back Da bin ich glaub ich nicht Nies zur Nutz-Forgers Team So, der Panthera wird denk ich von oben kommen, weil er mich verarschen will Gs-3 könnte ich mal den Eingang bumsen also Oh, Burgi ist weg Ja, weil ich am Pro-Ghetto abgeprallt bin Macht Sinn Am Turm Der Turm ist undurflagbar bei dem Pro-Ghetto Mit dem Sieger-2 Brauchst Gold für'n Turm Eigentlich kannst du nur von der Oberwander abprallen Ne, ich bin wirklich, der Turm war rot Mit Autobahn Der Turm war echt rot, jetzt bin ich verlob Vielleicht war das der Winkel oder was? Okay, das war der Panthera, der nächste ist die IS-3 Und dann haben wir die 2 gekillt und dann haben wir's gewonnen Ich hab extra gewartet mit dem Schießen, also Okay, komm, ich komm von oben, ich nehm ihn raus Ne, ich bin gleich da Und Peter, mal seht ihr, dass der Tiger 2 das Carrying kann Ja, und dann haben wir das gewonnen Hei Ziel erfasst, Leute Jetzt wird gegangbangt, yeah Und wir schießen ihm schön in die Oberplatte, es ist ein Russe So war's wirklich Habt ihr aufgepasst, ja? In die Oberplatte Jawohl, weiter geht's Ich habe, warte mal, 828 Spots Ich hab, äh, nix Tiger 2 hände mir, der nicht treffen kann Ja, so klar hat's echt nicht funktioniert Deutsche genau, ich gehört Regeln Scheinbar nicht 100% Ach, ich hab wieder Legs, wunderbar Ich nippel ihn den Weg ab, Bus Heute spinnt mein Internet, Leute, es tut mir leid Supportet mich, vielleicht kann ich mir ne neue Fritz Box kaufen Schleichwerbung Haben wir auch einen gebracht? Nein Ah, noch Spaß Ich sag nur Ja Du, du, can do Mhm Ja, also Tiger 2, 3, mag ein Problem sein, oder? Nee, ich mein, das ist ein guter Scout Also nicht Okay Kannst du auf Assisting Damage gehen? Jo Bin ganz vorn dabei Ja Also ich hoffe Schau aber, ich hab ne Belohnung gekriegt Ach, für was denn eigentlich, egal Ja Ja, liebe Zuschauer Nein Ihr müsst halt ab und zu mit einer komischen Mandarine spielen, aber das geht schon Ne? Das geht, ja Ja, ja, ja Ja Okay, schaltet wieder ein Sag dann noch Tschüssle Ciao 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 Ciao